Niemals Knie vor Rom. Der Kampf beginnt. Zeigen wir Ihnen, wer wir sind. Wir werden erfolgreich sein! Rom soll von unserem Zorn erfahren. Die Tage Roms sind gezählt. Es waren die Barbaren, die gegen die Sklaverei waren. Sie waren die ersten Freiheitskämpfer. Wir sind nicht mehr die Unterlegenen. Wir sind die aufstrebende Macht. Aufstand der Barbaren. Ab Samstag, täglich in Doppelfolge, ab 22.05 Uhr.